Musik GoFit, das Original, die Gesundheitsinnovation in der Schweiz entwickelt, in Österreich produziert. Nun, was verbirgt sich hinter dem Begriff GoFit? Die GoFit-Matte ist eine Fußreflexzonenmassage-Matte, auf der man täglich gehen sollte. Und es werden die Fußreflexzonenpunkte massiert und stimuliert und es bewirkt im Körper sehr viel Positives. Unter anderem werden die Muskeln gestärkt, die Durchblutung wird gefördert, der Stoffwechsel wird angeregt. Und das bei einer sehr einfachen Anwendung. Das ist auch der Grund zu expandieren, denn GoFit-Matten will man in Zukunft weltweit vertreiben. Da braucht es ein größeres Büro und ist daher von Mützhofen in die ehemalige Sparkassenfiliale nach Kindberg, Ortsteil-Aumühl, übersiedelt. Bei GoFit handelt es sich um ein Gesundheitsprodukt, um Fußreflexzonenmassage-Matten, die wir entwickelt haben und vertreiben, weltweit. Wir haben angefangen mit Österreich, Deutschland, Schweiz und sind aber jetzt auch dabei, in Südamerika zu starten, Chile, Brasilien, Argentinien. Für uns als kleines Unternehmen ist es sehr, sehr wichtig, gute Mitarbeiter zu haben, die sich um den Verkauf, Vertrieb, einfach um alles kümmern. Wir haben sehr viel Glück gehabt mit unseren Mitarbeitern und beschäftigen hier jetzt vier Mitarbeiter. Für Kindbergs Bürgermeister ein Anlass, das Unternehmen willkommen zu heißen. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Familie Haverkamp sich entschieden hat, dieses Gebäude zu kaufen, auch umzubauen und es wird auch noch erweitert. Und das vor allem mit einem Produkt, das der Gesundheit und sozusagen auch unserer Ärztestadt sicher wieder Auftrieb gibt. Sie haben ja ein Geschenk mitgebracht. Ja, natürlich. Wir sind ja die Blumenstadt und wir haben gesagt, wir schenken der Familie die Außengestaltung einmal von unserer Gärtnerei und ich glaube, das passt dann sehr gut in unser gesamtes Ortsbild. Und Sie haben die GoFit-Matte schon getestet? Ja, selbstverständlich. Ich war ja schon bei einem Vortrag dabei und natürlich eine tolle Sache, kann der Gesundheit nur zuträglich sein. Man spürt, wie das so wurdelt in den Füßen. Ich glaube, ein Fußreflex, sondern eine Massage ist immer gut. Produziert wird die Matte im Spezialunternehmen Hintsteiner mit Firmensitz Kindberg. Die Firma Hintsteiner produziert diese Matte schon seit Jahren. Eigentlich haben wir diese Produktion von der Schweiz übernommen und es war eine große Herausforderung, dass wir diese Qualität, die dazu notwendig ist, erfüllen. Aber wir waren auf einem guten Weg und haben jetzt eigentlich eine sehr gute Qualität. Und es wirkt sich auch gesundheitlich sehr gut aus, wie die Frau Haverkamp sagt, dass die Leute sehr zufrieden sind. Und noch ein wichtiger Hinweis. Sollten Sie die Matte wirklich mitnehmen wollen, Urlaub oder auf Reisen, dann kann man die Matte zusammenrollen und dann ist sie mit dabei.